Die Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Steifmark würdigt den 30. Geburtstag der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Kärnten. Franz Wolf, darf ich dich zum Mikrofon bitten? Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, liebe Tänzerinnen und Tänzer, die Tausendbausgestaltung möchte ich dazu benutzen, um zu gratulieren zum 30. Jubiläum. Liebe Hannah, was wäre besser geeignet, zu diesem Jubiläum ein Tanzfest, ein Jubiläumstanzfest zu machen? Und die AG Volkstanz Steifmark beobachtet mit großer Freude die Entwicklungen hier in Kärnten, die Entwicklungen, wie es weitergeht, was los ist. Und ich habe ja schon oft hier in diesem Saal und anderswo in Kärnten mitverfolgen können, dass die Kärner sehr schwungvoll, klasse und freudvoll tanzen. Die Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Steifmark und auch die Bundesarbeitsgemeinschaft gratulieren zu dem 30-jährigen Jubiläum, liebe Hannah, dir und deinem Team, allen Tänzerinnen und Tänzern, selbstverständlich alle Musikantinnen und Musikanten auf das Allerherzlichste. Da gab es nochmal einen Spruch für irgendein bestimmtes Getränk, wenn einem Gutes wiederfährt, das ist schon, darf ich keine Werbung machen, Punkt, 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 einen Wert. Wenn einem Gutes wiederfährt und meine Damen und Herren, wenn ich so in die Runde schaue, dann geht es mir jetzt auch so, es erfährt jemand, nicht jemand, wir alle erfahren an diesem schönen Abend ein wunderschönes, schwungvolles Tanzfest und wir gratulieren denjenigen, derjenigen, denjenigen, die verantwortlich sind für dieses wunderschöne Tanzfest hier in Börtschach, der AG Volkstanz in Gärten. Liebe Hannah, dir und deinem Team, alles Gute für den nächsten 40, 30, 50, 60 Jahre. 30 waren sie jetzt, noch einmal so viel, sind dann 60 Jahre. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihren tollen Beitrag, dass Sie heute da sind. Und, Herr Hannah, es ist heute so, wir wissen es, Damen und Frauen haben gerne Blumen und so haben wir, Steiger, einen Blumenstrauß mit 30 Blumen zum 30er-Jubiläum mitgebracht. Wir alle gratulieren der Volkskirchen zum 30er-Jubiläum. Wir Steiger und darüber hinaus herzlichsten Glückwunsch! Und das sind meine Lieblingsfarben, weiß und rot in der Fracht zu sehen, Rosa dazu. Danke vielmals für die Gratulation.